Ja, herzlich willkommen zum ORN-Kurs Mathematik zur Informatik. Wir möchten uns zunächst ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Oliver Henkel. Ich bin hier seit 2008 an der Hochschule Osnabrück für Grundlagen Mathematik und Programmieren zuständig. Und das ist genau der Themenbereich, um den es sich ja auch an diesen Kursus dreht. Und ich hoffe, dass wir da was Schönes und Spannendes für Sie hinbekommen. Ja, mein Name ist Carsten Rüsse. Ich bin seit 2000 hier Hochschullehrer für Medieninformatik und freue mich genauso auf diesen Kurs. Ja, dann möchten wir ganz kurz noch etwas sagen zur Zielstellung, was wir überhaupt mit diesem Kurs erreichen wollen. Ja, also hier haben wir nochmal eine Übersicht erstellt für den ORN-Kurs Mathematik zur Informatik. Wir haben jetzt zwei Themen herausgegriffen, das mathematische Schließen und die Grafentheorie. Und es ist hoffentlich schon deutlich geworden, die Themen sind tatsächlich miteinander vernetzt. Und wir haben jetzt exemplarisch einfach zwei Themen herausgegriffen, die wir für sehr zentral und wichtig in so einem Kursus halten. Und der wäre dann in einem Studium auch tatsächlich so abgebildet, dass man an diesen beiden Kursblücken einfach auch schon erkennen kann, was in so einem Studium jemanden erwartet, der dieses Studium machen möchte. Genau, offen und ehrlich werden wir darauf eingehen, wie halt Mathematik in so einem Informatikstudium abläuft. Ja, und ich denke, wir freuen uns beide auf diesen Kurs und wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Ja. 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 Ja.